Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Marvel's Avengers. So, wir sind jetzt hier noch im Wald mit Bruce, Banner aka Hulk und mit Kamala Khan aka Polymorph irgendetwas oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar Shield Agents getroffen, aber danach nichts. Oh, aha. Okay, dann gehen wir mal durch den rechthübschen Weg. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Ach, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung, dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998 aus? Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt hier mal? Okay, hier ist also der Eingang. Ansonsten ist ja nichts, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich irgendwelche Gegner auftauchen. Irgendwie von da oben runtergesprungen kommen oder von da oben oder so. Kann ich mir vorstellen, ja? Na endlich. Wir sind nah dran. Oh Mann. Das ist zugeschweißt. Sag ich doch. Okay, schickt Eindämmungseinheiten. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. ah ja halte qr kuh um zorn zu aktivieren ist zorn aktiv ursachen erfolgreiche angriffe höheren schaden und stärken gleichzeitig die willenskraft leidest du schaden solange zorn aktiv ist verbraucht sich in in trisinnische zorn energie statt die willenskraft zu schwächen der verteidungsmodus kann die kann in der tasse bildung von halten und umschalten gesetzt werden halte qr kuh um zorn zu aktivieren so 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 Das war's. Nicht gut, gar nicht gut. Mist! Entgehen soll. Das ist eine Wahrheit. So, ja, ich kriege ihn already aufs Maul, kriegt ihr jetzt hier. So, jetzt kriege ich noch einen Schratzen gefallert. Was zur Hölle ist da unten los? erhalte so als er hier die schausse hier So, warte mal, ist er oben da immer noch? Oh, oh, oh. So, warte mal, warte mal, warte mal. Oh! So, warte mal. So, du hast mich gebetet. Ah, endlich. Ja, erwischt. Ihr Blödsack. Warst du das? Ich hoffe, dass du das warst. Hoffentlich hast du Klamotten zum Wechseln dabei. So, ich nehme an, dass ich jetzt hier, ähm, da hoch soll. So. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Kein Bruce. Okay, okay. Ich werde den, äh, Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Oh, nein, 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 wow, 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 wow. Kein Bruce. So, warum? Ja, jetzt läuft er wieder. So, gut. Kein Brut. Grunds, Grunds, Grunds. Äh, Mist, du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. Okay. Ich glaube, ich kann dich hören. Ich höre ja auch was, aber... Hm. Hey. Alles gut? Okay. Alles cool. Vermutlich. Oh, Mann. Aim ist nicht einfach gekommen. Sie haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. So, warte mal hier. Ah, ja, ja. So. Wir sind hier noch irgendetwas. Alles klar. Stimulator. Was ich jetzt noch nicht... Kaputt. Ich mach... Ich mach alles kaputt. Ich halt, ich kaputt mache. Alles klar. Sind natürlich auch alles mal mit hier. Ey, Git. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Das muss das Archiv sein. Direkt vor uns. Wo bist du denn jetzt eigentlich abgeblieben? Kamala. Äh. So, hier haben wir auch noch was. So, warte mal. Äh. Fähigkeiten. Ich hab null Punkte. Gut. Ähm. Ja. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Warte mal. Ach, hier. Aber wo ist jetzt Kamala abgeblieben? Oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Egal. Nochmal. Ey, oh, was mach ich denn hier? So. Also, nochmal das Ganze. So. So. Ach, da oben, da ist sie. Boah, ich hab mich gar schon gewundert. Wo ist sie denn abgeblieben? Ich glaube, Aime hat den Laden übernommen. Ob das Dark wirklich hier ist? Ich könnte durch die Lüftung und es mir ansehen. Ja, das geht auch. Aime ist überall. Äh. Äh. Lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Ja. Sie haben hier überall Wachen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. so ich bin drin die luftschächte sind riesig anscheinend hat eben das original archiv herum gebaut alles ist neu Es geht los, Leute. Au, 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 au. Oh, jetzt bin ich. Tot. Shit. Oh. AIM ist überall. Äh, lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Oh. Sie haben hier überall Wachen. Das wird vielleicht eine schlechte Idee. Mist, sie riegeln alles ab. Ich bin drin. Die Luftschächte sind riesig. Anscheinend hat AIM um das Originalarchiv herum gebaut. Alles ist neu. ölkring. Oh. O, nein, 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 nein. Ach die Scheiße. Das war knack, sie hätten mich fast gesehen. Au, große Gruppe ist unterwegs zum Aufzug. Oh, ich werde schon fast. Ja, also die Dinger wollte ich doch erwischen da. Ach. Ach. Oh, hier ist eine. Das Original Archiv muss tiefer im Gebäude liegen. Ich suche weiter. So, gut. Ich bin zornig. Oh, hier. Komm hier. Oh, ich bin zornig. Ich bin zornig. Ich bin zornig. Ja, komm. Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier kaputt machen will. Ich mach das einfach mal kaputt jetzt hier. Oh, ey, 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 ey. Ach, Scheiße. Kacke. Oh, ey, 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 ey. Oh, ey, 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 ey. Wie zum was geht los. Oh. 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 So. Also die Finger sind echt nur aus der Distanz zu erledigen, sonst habe ich da wohl keine Chance gegen. Oh. Oh, 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 der hat ich ab. Oh. Alter, ich habe das soeben gerade schon mal geschafft. Oh, 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 oh. So. So. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, Mann, ich gucke es nicht! Ja und, die sind extrem scheiße zu besiegen, die Typen, oder ich bin zu doof. So, jetzt habe ich ihn ja klein gekriegt. So, aber warum kann ich das hier nicht einsammeln? Hm, scheiße. Oh, das hätte ich ja beinahe übersehen. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal ganz kurz um, bevor ich jetzt weitergehe. Ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt die anderen Fähigkeiten... ...die ich mit 1, 2 und 3 habe, wie ich die, die ich verbraucht habe, wieder aufladen kann. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Alles klar. Komme ich jetzt nicht über den Zaun, hier komme ich nicht rüber, ne? Kaputt. Nee. Vielleicht in den Bereich da, ne? Schade eigentlich. So, dann versuchen wir mal unser... Ja, wie kriege ich jetzt die anderen beiden? Ich habe jetzt 3, habe ich noch, aber 1 und 2 nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht. Ah, das lädt sich mit der Zeit wieder auf. Ja, dann... Ja, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich warte jetzt einfach, bis auch die Heldenfähigkeit 1 wieder aufgeladen ist. So, Fähigkeiten. Einen Fähigkeitspunkt habe ich. Oh ja, dann nehmen wir mal was Neues jetzt hier. Zorn. So, warte mal. Upgrade, äh, bla bla bla. Tagdowns erhöhen die Energie. Zumindest die Zornenergie um 15 Punkte. Ähm... Vier erforderlich. Na... Stufe 2. Äh... Vier erforderlich. Bodenschüttler. Na, ne? Doof. Rambock. Hm. Schaden hoch. Hebt Block auf. Frucht hoch. Betäubung hoch. Zurückschleuern. Stolpern. Na, das könnte ich jetzt mal machen. Dann... Kanonkugel oder... Oder dann den hier vielleicht. Mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? So, ne... Ne, Bodenschüttler hatten wir ja schon. Halte in der Luft F. Um und einen einen gewaltigen Bereichsangriff auf den Boden zu zerschlagen. Der Schaden gering. Ne, der Schaden gering. Ja, dann nehmen wir den hier einfach mal. So. Ja, dann nehmen wir den hier einfach mal. So. Ja, dann nehmen wir den hier einfach mal. So, dann... So. Warte mal. Wie muss man den jetzt eigentlich noch mal aktivieren? Halte... Und... Ah, oh Gott. So, beide gleichzeitig. Alles klar. Beide gleichzeitig. So, ich werde jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn mir das gefallen hat, Däumchen Abo. Und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.